Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Foran und in diesem Video zeige ich dir 5 starke Aktien unter 20 Euro, also 5 Aktien, die unter 20 Euro kosten und wo ich persönlich sage, okay, sowohl charttechnisch als auch fundamental halte ich diese Aktien für kaufenswert. Ich meine, klar, der Preis alleine sagt überhaupt nichts über die Bewertung einer Aktie aus zum Beispiel oder ob sie kaufenswert ist, aber viele von euch wollten das mal haben und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Das Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne in die Kommentare, welche Aktien unter 20 Euro du aktuell kaufen würdest. Ja, wir starten jetzt auch direkt rein in das Video mit der ersten Aktie und das ist die Century Casinos Aktie und ja, in dem Fall eine sehr, sehr spannende Aktie aus den USA, Marktkapitalisierung von 245 Millionen US-Dollar, also ein relativ kleines Unternehmen, Kursgewinnverhältnis von 11, also durchaus günstig und mit einem wirklich guten Wachstum, also da könnt ihr euch auch gerne mal die Umsatz- und Gewinnzahlen anschauen, die sehen wirklich gut aus und da sieht man auch am Aktienkurs, dass der sich in den letzten 10 Jahren wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat, sehr, sehr stabil. Klar, wir hatten 2020, obwohl die Aktie natürlich abgeschmiert ist, da wissen aber alle warum, das lag jetzt nicht an dem Unternehmen, sondern eben generell an der Wirtschaft und an der Krise, die eben weltweit ausgebrochen ist. Die Aktie kostet 8,49 Euro, also deutlich unter 20 Euro, wie gesagt, das sagt jetzt nichts über die Bewertung aus, deswegen schaue ich auch immer, dass ich die Marktkapitalisierung mit angebe und auch das Kursgewinnverhältnis. Ja, was macht das Unternehmen? Klar, es steckt schon im Namen drin, also ist im Entertainment-Bereich, aber auch in der Gastro, in der Hotellerie, hat Pferderennbahn, hat natürlich auch das Casino und ja, ist hauptsächlich in den USA, in Kanada und auch mit einer Beteiligung in Polen eben operativ tätig, also auch hier sehr, sehr spannend. Klar, wir haben hier das Jahr 2020 gehabt, was stark belastend war, dann ging es aber rasant nach oben und jetzt aktuell haben wir so die aktuelle Marktphase, wo viele, viele Aktien auch mit nach unten gezogen worden sind. Hier sehen wir so eine kleine Bodenbildung in den letzten Wochen, das ist durchaus ein gutes Zeichen und wir sind auch wieder auf dem Weg nach oben und ich persönlich halte die Aktie aktuell fundamental für unterbewertet und auch für charttechnisch interessant, weil sie sowohl diese kleine Bodenbildung hatte, als auch jetzt eben wieder Richtung 200-Tage-Linie, dass die Liederlinie unterwegs ist und auch schon die 50-Tage-Linie überschritten hat, auch auf einem interessanten Unterstützungsniveau abgeprallt ist, also von daher alles Gründe für mich, diese Aktie eben als kaufenswert einzuschätzen und weil eben auch das Geschäft sehr, sehr ertragsreich ist und eben auch immer mehr Legalisierung dazu kommt, gerade in Amerika und in dem Fall Century Casinos, sehr, sehr spannend und deswegen in diesem Video. Ja, die nächste Aktie, auch eine Aktie, die ihr wahrscheinlich so noch nicht kennt, nämlich die Chargeurs-Aktie, man hört es von der Aussprache, es ist eine französische Aktie, 16,22 Euro, also auch unter 20 Euro und hat eine Marktkapitalisierung von 412 Millionen Euro, also ja, kein Riesenunternehmen, aber ja eher ein kleineres Unternehmen, trotzdem ein sehr, sehr starkes Unternehmen, was am Markt sehr, sehr stark positioniert ist, weil es eben eine sehr, sehr Nische gesparte ist. Auch hier ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12, also das andere hat der 11, jetzt haben wir ein 12er KGV, das ist auch, wie ich finde, gut, ist aber auch ein sehr, sehr solides und konservatives Segment, in dem hier Chargeurs unterwegs ist, hat eine Dividendenrendite aktuell von 7,49 Prozent, also durchaus stark, deswegen ist ja auch der Kursverlauf nicht ganz so brutal gut, weil eben auch viel an Dividende ausgezahlt wird und wir sehen es auch immer die letzten zehn Jahre, das haben wir in dem Fall nicht, weil eben die Aktie noch nicht so lange an der Börse ist, aber wir sehen es hier, auch im letzten Jahr kann sich der Kurs ja nicht ganz so stark halten, es geht ja durchaus nach unten, was macht Chargers überhaupt, da kommen wir jetzt auch mal zu, die machen Textilien zum Beispiel, Oberflächenschutz, Jawohl-Mischung und das in über 30 Ländern weltweit und sind da wirklich sehr, sehr stark am Markt vertreten, also einer der Marktführer und ja zum Beispiel, was kann man darunter verstehen, also zum Beispiel Folien für Bürogebäude zum Beispiel, also wenn du jetzt so einen riesen Glastower hast in Frankfurt zum Beispiel, dann ist da natürlich eine Folie über den Fenstern und diese Folie ist zum Beispiel dann, jetzt sagen wir einfach mal, von Chargers und von daher ein sehr, sehr konservatives Geschäft, ist nicht spannend, aber das ist eben auch manchmal ganz schön, wenn es eben nicht spannend ist und hier sehe ich sowohl fundamental als auch chartlinisch, weil wir eben wieder auf einem aktuellen interessanten Niveau sind, wo eine Unterstützung lauert, eben ja durchaus kaufenswerte Aspekte und deswegen Chargers, ja für mich so ein kleiner Geheimtipp aus Frankreich und ja für mich auf jeden Fall kaufenswert. Ja, jetzt müssen alle Schalke-Fans und ja vielleicht auch die Bayern-Fans oder andere Fußball-Fans, die eben nicht Borussia Dortmund-Fans sind, stark sein, denn wir schauen uns die Borussia Dortmund-Aktie an und auch hier sage ich, ja die ist für mich aktuell kaufenswert, 3,80 Euro kostet die Aktie aktuell und ja wir haben eine Marktkapitalisierung von 424 Millionen Euro, aktuell kein KGV, weil kein Gewinn eingefahren wird, das lag auch an 2020, seitdem ist der BVB bzw. alle Bundesliga-Klubs eigentlich sehr, sehr stark am Straucheln, klar zum Beispiel der FC Bayern ist nicht so stark, aber der BVB ist hier immer noch ja nicht ganz erholt aus der Krise, wir haben davor eigentlich ein sehr, sehr schönes Wachstum gehabt, also die Aktie war davor wirklich sehr, sehr gut unterwegs, ich meine klar, die Aktie hat nicht nur operativ natürlich ja eine Analyse fällig, sondern eben auch rein vom Fußballgeschäft, denn wenn das Fußballgeschäft schwächelt, also wenn der BVB zum Beispiel früh in der Champions League ausschaltet oder sich gar nicht qualifiziert, ist das natürlich auch schlecht für die Zahlen, also von daher durchaus spekulativer als normale Aktien. Wir befinden uns aber, wir sehen es hier, auch auf einem Niveau, wo in den letzten Jahren auch schon mal eine Unterstützung war, eine lange Seitwärtsbewegung, eine Bodenbildung und von daher sehe ich hier rein Chart-Technik schon mal einen interessanten Aspekt, wir haben jetzt auch hier eine längere Bodenbildung seit einigen Monaten, seit Mitte März ungefähr und von daher rein von der Chart-Technik her würde ich sagen, okay, wir sind jetzt auch wieder über der 50-Tage-Linie, das passt, die Unterstützung ist da, an sich der BVB ist ja auch durchaus erfolgreich, sowohl national als auch international, auch wenn vielleicht die Titel fehlen, aber trotzdem, es verdient sich ja trotzdem gutes Geld und letztendlich sind wir hier auch wieder auf einem Niveau, wo ich sagen würde, die Aktie ist unterbewertet, ich meine, der Kader alleine hat auch schon einen sehr, sehr hohen Wert, also wie gesagt, die Marktkapitalisierung sind 424 Millionen Euro, wir haben es bei Erling Haaland gesehen, wie viel der schon wert war, den haben sie verkauft, also da ist auch dann gut Geld zu machen und ich meine, der Kader muss eben auch noch als Gegenwert gesehen werden und von daher ist die Aktie für mich unterbewertet, auch wenn vielleicht aktuell noch kein Gewinn eingefahren wird, ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das wieder stattfindet. Ja, jetzt kommen wir zur ersten Aktie, die ich auch selber schon im Depot habe, nämlich die Biko-Aktie und ich weiß, Biko habe ich schon sehr, sehr oft vorgestellt, ich bin dort, wie gesagt, auch selber investiert, bin auch selber im Minus, das muss ich auch ganz klar dazu sagen, weil ich habe die Aktie gekauft, da war sie, ich glaube, das erste Mal bei 15 Euro oder sowas und ist dann wirklich hochgegangen, sehr, sehr schnell, also rasant nach oben gegangen, ihr seht das hier in den ersten Monaten eben nach Veröffentlichung der Aktie, ist hochgegangen bis teilweise hier 50 Euro oder mehr und das auf jeden Fall sehr, sehr stark, eine starke Vervielfachung und dann, ja, ging es auch genauso schnell wieder bergab, also das ist halt eine Aktie, da muss man gute Nerven haben und auch Geduld mitbringen, Biko, für diejenigen, die es nicht wissen, machen so Dinge wie zum Beispiel 3D-Druck von Gewebe, also zum Beispiel das Organprinting, wie man so schön sagt, hat aber auch noch ganz viele andere Dinge und hier ist einfach der große, große Aspekt, der eben die Aktie nach unten gedrückt hat, eben das Biko sehr, sehr stark expandiert, dementsprechend stark auf Fremdkapital angewiesen ist und einfach ein steigender Leitzins mit einem unsicheren Börsenumfeld sehr, sehr schlecht ist, wenn man eine Marktkapitalisierung von mittlerweile noch 241 Millionen Euro hat, kein KGV, keine Dividende und in dem Fall wirklich langfristig ein Thema bearbeitet, was durchaus interessant ist und zukunftsfähig ist, aber eben viel Kapital braucht und durchaus sehr volatil ist durch die Marktkapitalisierungsgröße, ja, da ist halt einfach Geduld angesagt, also wenn ich jetzt noch nicht investiert wäre, würde ich jetzt hier die erste Tranche kaufen, ich sage ganz bewusst Tranche, weil hier einfach wirklich, ja, das Ganze noch nicht ausgesessen ist, also es kann natürlich jetzt wieder nach oben gehen, ich denke auch, dass wir relativ weit unten sind und es nicht mehr so weit nach unten gehen könnte, aber wer weiß, wie sich die Börse weiterentwickelt, ich würde hier auf jeden Fall die erste Tranche kaufen, wenn ich noch nicht investiert wäre, ansonsten aber hier auf jeden Fall schon mal einen Fuß in die Tür bekommen wollen. Ja, kommen wir zu Kratos Defense, Security Solutions, ihr seht es wahrscheinlich schon vom Namen, alle, die jetzt wahrscheinlich in nachhaltige, grüne und soziale Investments ja immer investieren, die sagen jetzt, okay, ich bin raus aus der Geschichte und das ist auch durchaus vertretbar, wenn man sagt, okay, das ist nichts für mich, die Aktie kostet 14,51 Euro, handeln wir kurz die Bewertung ab und so weiter, Kratos ist ein relativ großes Unternehmen mit 1,8 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, KGV von 50, also nicht ganz günstig, aber durchaus stark am Wachsen und ja, was macht Kratos? Also, es steht schon im Namen drin, Defense und Security Solutions, es ist ein amerikanisches Unternehmen, was vor allem den Geheimdienst und eben auch dem US-Militär eben hilft, eben zum Beispiel Informationstechnologien und Abwehrsysteme anzubieten und hier in dem Fall ein charttechnisch interessanter Zeitpunkt, das heißt, wir sehen hier auch hier wieder eine kleine Bodenbildung oder schon etwas größere Bodenbildung auf einem Niveau, wo auch eine Unterstützung in den vergangenen Jahren schon mal war, wir sind auch hier über der 50-Tage-Linie, also hier wäre ich durchaus für eine kurzfristige Spekulation, sehr, sehr stark zu haben, also das ist eine Aktie, die vermutlich jetzt auch mit der Anspannung mit Taiwan, wo ja Nancy Pelosi nach Taiwan reist, das erste Mal in den letzten 25 Jahren, dass ein hochrangiger US-Politiker eben dort ist, das spannt die Lage natürlich an und befeuert solche Aktien und hier würde ich auch ganz klar sagen, in den nächsten Tagen und Wochen könnte das durchaus nach oben gehen, langfristig, wie gesagt, es ist eine Aktie, wo man durchaus, wenn man sozial engagiert ist oder keine sozial unverträglichen Aktien haben möchte im Depot, eben Nein sagen muss, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, da möchte ich auch gar kein Moralapostel sein. Die Aktie an sich ist operativ erfolgreich, fundamental nicht ganz günstig, aber eben trotzdem eine gute Nachfrage und auch eine gute Marktposition. Charttechnisch finde ich sie am interessantesten, deswegen für mich hier eine kurzfristige bis mittelfristige Spekulationen durchaus wert und wie gesagt an sich auch ein sehr interessantes Unternehmen. Ja, das waren es mal meine 5 Aktien unter 20 Euro. Schreib auch gerne mal in die Kommentare, wie du die findest und ob du andere Vorschläge hast und ansonsten freue ich mich auch über dein Feedback zu diesem Video und ein großes Dankeschön, wir sind mittlerweile über 86.500 Abonnenten. Großes, großes Dankeschön dafür, für das tolle Kanalwachstum und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir weiter wachsen. Lass auch gerne einen Daumen nach oben für dies wieder da, wenn es dir weitergeholfen hat. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute für deine Investitionen, viele schöne Renditen und mach's gut. Bis zum nächsten Video, dein Flo Pharrell.